herzlich willkommen zurück auf meinem kanal es geht ja heute wir haben silvesta steht ja auch hier drauf und es geht jetzt um die zweite verlosung des tages und das war ja die steffi box die prall gefüllt war mit einem wert von fast 80 euro und da haben auf jeden fall reichlich reichlich mitgemacht elf leute haben mitgemacht und ich wünsche euch allen viel glück ich drücke euch allen die dauch und wir schauen mal wer gewinnt und dann ja haben wir die ich habe ja im moment auch noch eine verlosung am laufen und das ist die von gestern von meinem arbeits wie die weihnachtsgeschenke video genau weihnachtsgeschenke mit dem hashtag arbeit so war das ja nicht da könnt ihr auch gerne mitmachen und wenn euch das gefällt ich habe euch da ein bisschen mal was vorgestellt was es so auf meine arbeit gibt und das würde ich euch gerne verlosen also macht mit jetzt haben wir erstmal die steffi box und da bin ich mal gespannt wer die gewinnt in einem wert von fast 80 euro die nächste steffi box ja da ist auf jeden fall auch schon wieder was drin und da steht schlag auf schlag hier genau ich habe jemanden monik hat jemanden dann schauen wir mal wer das ist ja hailey 180 hat die steffi box gewonnen da wünsche ich dir viel glück herzlichen glückwunsch herzlichen glückwunsch da machen wir die anderen jetzt auch auf du hast die steffi box gewonnen ja die ist ja auch prall gefüllt alle die mitgemacht haben zeigen wir jetzt noch mal hier als du die karin hast gibst du mir die damit ich mir das werden kann liebe karin da du gewonnen hast du die mascara gewonnen hast noch eine also wie gesagt die nächste steffi box wird auf jeden fall kommen ich habe schon wieder was da rein getan und ich warte noch darauf dass meine glossy box ja auch jetzt vielleicht auch kommt heute ich weiß es nicht mal schauen und mal schauen was das ist aber es vielleicht ist wieder was für euch dabei wir schauen mal genau die kannst du mir geben damit es nicht das war's dann euch beiden herzlichen herzlichen glückwunsch so wir wünschen euch einen guten rutsch ins neue jahr genau wir hoffen mal dass es besser wird wie 2020 kann ja noch besser werden schlechter kann es ja nicht mehr werden rutscht gut rein bleibt alle gesund und ja wir sehen uns im neuen jahr auf jeden fall ja genau ja sind wir wieder da also meine lieben macht es gut schönen silvester und genießt den letzten tag des jahres genau genießt also bis dann macht's gut jetzt wo schon wo Bis zum nächsten Mal.